zehn jahre zehn jahre ist der youtube-kanal jetzt schon alt und tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr wir haben ein bisschen das jubiläum verpasst der youtube-kanal existiert nämlich seit irgendwie februar 2013 jetzt haben wir märz 2023 also mehr als zehn jahre ist der youtube-kanal jetzt alt ich habe damals auch relativ zeitig die ersten videos hochgeladen also ich weiß noch ich habe den kanal erstellt und relativ schnell die ersten videos hochgeladen in diesem video heute hier geht es um mein zehnjähriges jubiläum hier auf youtube aber auch um ein fünfjähriges jubiläum als hauptberuflicher dj und auch so ein bisschen ja um das 15 jährige jubiläum als nebenberuflicher dj weil ich das ja schon ewigkeiten auch nebenberuflich mache also ihr seht da ist einiges an zeit vergangen und wenn ich überlege zehn jahre das ist ein drittel meines lebens und 15 jahre das ist die hälfte fast meines lebens ja also ein bisschen mehr als die hälfte bisschen weniger als die hälfte also ich beschäftige mich mit dem thema echt schon verdammt lang und habe ja auch bevor ich mich selbstständig gemacht habe als ich noch quasi ja in der schule war und nicht alt genug war mein gewerbe anzumelden habe ich auch schon aufgelegt holt euch was zu trinken denn es gibt was zu verlosen heute und ja es gibt auch ein bisschen story ich versuche das video kurz zu halten ich gebe es ehrlich zu ich habe das video jetzt schon mal aufgenommen und es ging 45 minuten lang und dann habe ich mir überlegt nee das kann ich kein mensch antun ein video hier hochzuladen was 45 minuten lang ist ich muss das kürzer packen und das ist schwierig weil das ganze thema ist sehr sehr komplex der dj talk ist ein riesen projekt mit insgesamt sechs leuten die wir sind ihr seht ja immer nur mich als gesicht nach außen aber ich meine der martin gehörte immer noch dazu ja der im background sehr sehr viel arbeitet der an den newslettern ganz extrem viel mitarbeitet der die webseite seo technisch auf vordermann hält der produktbeschreibungen macht der playlisten mit entwickelt und erstellt also der ist da auch voll mit dabei dann haben wir den tobi noch der die playlisten ins passende layout packt der noch mal drüber guckt dass keine dopplikate drin sind und so weiter so unsere kontrollen die ins kontrollierende instanz vielleicht ist auch ein bisschen der das ganze dann auch noch mal zusammenschreibt ins reine bringt der auch als redakteur tätig ist und da kommen wir zum nächsten punkt dann haben wir nämlich noch ollie wir haben noch sebastian und thomas die auch alle samt im dj talk team sind und da uns in der redaktion in der vorbereitung für videos für beiträge und so weiter unterstützen also es ist keine one man show hier und ja ich als dj bin mittlerweile auch keine one man show mehr ja also ich habe hier meine dj agentur wir sind 17 dj's pfalz dj's hier regionale dj agentur oder 16 irgendwie sowas auf jeden fall genug und ich habe jetzt auch meinen ersten dj hier fest angestellt es ist in dem fall mein bruder da mag man jetzt erstmal denken ja es ist nur der bruder den er fest angestellt hat aber nein ich sehe das ein bisschen anders weil bei jemandem fremden da wäre das jetzt so ja stelle ich halt ein und wenn es nicht klappt dann kündige ich den wieder aber ich habe meinen bruder eingestellt ja das ist familie den kann ich nicht einfach wieder kündigen und der hat halt auch familie der hat kinder der hat eine frau das muss funktionieren ansonsten habe ich habe ich echt ein problem dementsprechend finde ich es irgendwie noch ein bisschen krasser wenn man seinen bruder einstellt und das wird nicht der letzte sein also es ist geplant tatsächlich nicht noch ein dj aus meinem team fest einzustellen und da freue ich mich auch schon riesig drauf das heißt das team wächst das projekt wächst alles wird größer und ja um da hinzukommen zu diesem weg bin ich über viele viele steine gelaufen teilweise auch so mit glas scherben dazwischen muss ich so richtig schön die zehe aufreißt ja also corona pandemie oder so das war jetzt für mich auch nicht ganz die schönste zeit und man muss ja sagen diese fünf jahre selbstständigkeit die also zwei jahre davon waren halt corona pandemie ja und wenn du dich selbstständig machst und vielleicht bist du ja auch selbstständig schon vielleicht nicht im dj bereich sondern irgendwo anders dann ist es in der regel so das erste jahr das war bei mir 2018 das ist so ein jahr da legst du entweder drauf oder du musst du musst halt vorfinanzieren ja also das ist in der regel kein gewinnbringendes jahr so war das auch bei mir das zweite jahr 2019 war so ein jahr und ist auch normal so dass hat sich so getragen ja also ich konnte alle meine sachen bezahlen auch privat ja es war so summa summarum null auf null aufgegangen ja dann kommt fucking corona ja dann war die sache vorbei wahrscheinlich bin ich wegen dem wort jetzt auch schon geclaimt aber ist mir egal ja also es war eine hatte zeit aber wir haben die corona pandemie auch genutzt und jetzt letztes jahr war wirklich so ein bisschen ja früchte sammeln aus dem was man so angepflanzt hat in den jahren zuvor dementsprechend es läuft sehr sehr gut ich bin sehr zufrieden mit dem wie es läuft aber es war nicht einfach und ich muss an der stelle auch eins betonen weil wir auch letztens live stream hatten der da ein bisschen ausgeufert ist es ist nicht einfach als dj hauptberuflich selbstständig zu sein und ich wage jetzt mal die these aufzustellen dass es in der regel nicht möglich ist als dj nur von den einnahmen als dj zu leben ich meine schaut euch diese ganzen coaches doch mal an warum machen die denn coachings und verlangen von dir drei vier fünf und zehntausend euro dafür dass sie dir beibringen wie einfach es ist als dj aufzulegen das machen die ja nicht weil sie kein geld brauchen das machen die ja nicht weil die sagen sie wollen ihr wissen unbedingt weitervermitteln weil dann würden sie es zu einem anderen kurs anbieten das machen die ganz klar weil sie damit ihr gehalt als dj noch aufstocken wollen oder müssen ja ich glaube schon dass man von den einnahmen als dj leben kann aber zu einem niedrigeren lebensstandard also nicht der lebensstandard den ich jetzt haben möchte und du willst ja auch deine familie ernähren können damit ja und das ist als dj nicht so einfach also stellt euch das nicht zu leicht vor da muss man schon was anderes machen und bei mir ist es halt die agentur ist es auch der dj talk der damit dazu beiträgt im prinzip bin ich ja genau so ein coach ja mich kann man ja auch buchen für ein coaching und man kann bei mir oder bei uns playlisten kaufen man kann sich video kurse rein pfeifen ja also wir haben ja auch alles in dem bereich und das hat jetzt einen grund und das muss man glaube ich auch mal ganz offen und ehrlich zu sagen warum ist das so nicht weil ich stefan der allmächtige bin und weiß wie alles funktioniert und und deshalb von meiner tätigkeit als dj so geil leben kann dass ich dann auch noch mir die zeit nehme 16 stunden in der woche lang für dj talk zu arbeiten damit ich euch erklären kann wie es läuft ja das ist doch bullshit ja also da muss man doch einfach mal realistisch sein und auch sagen leute es ist nicht so einfach und deswegen mache ich auch nebenher noch was und ich kenne viele djs die sich als hauptberuflicher dj verkaufen aber noch als teilzeit irgendwo anders angestellt sind ich im übrigen unterstütze auch aktuell immer noch book it up auf teilzeit basis ja also auch das mache ich ja noch ja lange rede gar keinen sinn es ist nicht einfach als dj hauptberuflich selbstständig zu sein und nur davon zu leben wenn du nicht irgendwelche besonderen grundvoraussetzungen hast ja also ich hatte halt keine eltern die irgendwie mega reich waren und mir ein elternhaus überlassen haben ja ich habe alles was ich habe habe ich mir selbst ermöglicht und was habe ich heute ich habe hier ein riesen büro mit 120 quadratmeter mit einem riesen studio da oben in dem ich mich austoben kann meine ersten angestellten hier es ist mega ja also was ich was ich da erreicht habe aber es ist nicht nur erreicht um also indem ich alleine aufgelegt habe ich hätte das nicht erreicht wenn das wenn ich nur nur ich alleine unterwegs wäre würde ich nicht erreichen ich brauche dafür die agentur und ich brauche dafür auch den dj talk und die einnahmen die daraus resultieren aus diesem ganzen konstrukt der da so existiert das war mir echt mal wichtig auch zu sagen und auch mal klar zu machen weil ich glaube da draußen gibt es einfach viele die darum rennen und den leuten ja das gelbe vom eifer sprechen aber am ende kann das in der regel nicht eingehalten werden und das ist auch einfach unrealistisch ja also es ist ja nicht so dass das realistisch wäre also wundert euch nicht ne ich habe hier eine riesen glas wand wenn die nachbarn hier vorbeilaufen und winken die immer ja also es ist nicht so einfach ja das muss euch einfach klar sein wir haben eine verlosung wir haben zehn jahre hier zehn jahre jubiläum und wir haben eine verlosung wir haben uns überlegt wir wollen euch so ein bisschen was geben was euch was bringt und zwar haben martin und ich ja vor längerer zeit mal dieses buch geschrieben 301 dj tipps für beginner und profis sehr sehr geiles buch hat sehr geile rezession auch bekommen also wir kriegen da heute noch immer wieder zuschriften und es gibt immer wieder leute die mich ansprechen sagen ich habe mir das buch gekauft mega geile tipps da drin und so ja und da gibt es eine neue auflage das hier ist jetzt noch die alte es gibt eine neue auflage das erkennt ihr auch an dem logo ist noch das alte logo in der neue auflage ist das neue logo drauf und dieses buch verlosen wir zusammen mit einem t-shirt das heißt du bekommst das buch und ein t-shirt und wie kannst du mitmachen relativ easy du musst einfach nur einen kommentar unten reinschreiben wir werden dann so ein komisches tool darüber laufen lassen dass dann automatisch jemand raussucht der gewonnen hat und dann ist das der gewinner einsendeschluss ist der 31.03.2023 und dann werde ich hier das ding los rattern lassen und ja dann gibt es einen glücklichen gewinner also schaut hier auf dem youtube kanal vorbei ich werde das als video machen dass ihr da auch traurig zuschauen könnt und ja dann auch euch melden könnt per e mail ja dj talk ist krass was aus dem dj talk geworden ist und es ist auch krass wie es dahin kam ich meine wenn man jetzt mal so zurückdenkt ich habe den youtube kanal wie gesagt im februar irgendwann 2013 gegründet damals unter dem namen dj skitz glaube ich noch später hieß es dann mal dj asoso viele von euch werden es vielleicht noch kennen die längste zeit die dieser kanal bestanden hat was ein dj asoso kanal inzwischen heißt dj dj talk warum heißt es dj talk martin und ich haben uns 2018 etwa war das kennengelernt und haben gleich gemerkt dass wir sehr gut miteinander harmonieren wobei nicht immer gut miteinander harmonieren aber auf jeden fall uns immer sehr gut ergänzen und haben dann auch einfach gemerkt dass es sinn macht unsere projekte zusammen zu schmeißen und jetzt kommt oha große überraschung dj talk ist eigentlich das projekt von martin also martin hat eigentlich diesen namen dj talk ins leben gerufen und wir haben das dann später einfach fusioniert ja das wissen ja viele auch gar nicht also das ist nicht meine idee kommt nicht aus meiner feder sondern ist martins idee aber es ist eine gute idee deswegen haben wir es übernommen was aus dem dj talk geworden wir haben jetzt fast 20.000 abonnenten hier auf dem youtube-kanal ist crazy ich hätte nie gedacht dass ich mal einen youtube-kanal haben werde dass ich generell mal ich stelle mir dann manchmal so vor ich stehe irgendwo und 20.000 leute würden vor mir stehen überlegte das mal das ist doch völlig crazy ich habe hier videos hochgeladen die haben 200.000 aufrufe das ist mehr als mein größter gig jemals hatte also 20.000 ist mehr mein größter gig da waren irgendwie 13 14.000 leute das war ein kleines festival war auch mega keine frage da habe ich da ist mir also da ist es mir fast das bein runtergelaufen sage ich euch da habe ich ganz schön gezittert als da losging und das ist schon crazy das ist schon komplett verrückt und an der stelle muss ich auch einfach mal mich echt bei euch bedanken für die krasse unterstützung die ich hier immer wieder kriege auch allein durch das abo was du vielleicht auch gemacht hast auf dem kanal oder wir haben ja auch die subscription wir haben immer noch leute die auch den den kanal hier subscribt haben also bezahlen für den kanal sponsern den kanal so ein bisschen vielleicht ist es auch mal eine gute gelegenheit alle leute mal hier 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 einzublenden die den kanal subscriben das ist doch mal eine gute sache weil da sind wirklich manche leute dabei ich werde mal dazu schreiben auch wie lange die schon dabei sind die schon seit vielen monaten hier den kanal supporten vielen vielen dank dafür weil das sehe ich auch nicht als selbstverständlich an ja bisschen ausblick in die zukunft würde ich noch geben bevor ich dir jetzt noch die möglichkeit gebe in den kommentaren auch mal reinzuschreiben was dich interessiert also ihr könnt jetzt mal in die kommentare auch reinschreiben und ihr wisst ja ihr nehmt alle am gewinnspiel teil ihr könnt jetzt meine kommentare reinschreiben was interessiert euch im bezug auf den dj talk im bezug auf mich ich werde mir das alles durchlesen ich werde auch auf die kommentare eingehen ich werde vielleicht auch zum ein oder anderen kommentaren extra video verfassen das entscheide ich dann aber schreibt es mal in die kommentare rein und jetzt gibt es einen kleinen ausblick was jetzt in zukunft kommt natürlich kriegt ihr weiterhin jede woche hier auf dem kanal ein kostenloses video in dem wir technik vorstellen in dem es irgendwelche tutorials gibt das werden wir also weitermachen ich habe ganz ganz viele sachen hier stehen gerade es ist wahnsinn gerade die firmen die scheißen mich gerade so zu mit irgendwelchen technik kramen den ich reviewen soll und dann auch wieder zeitnah zurückschicken muss ich komme gerade echt nicht darauf klar aber also da kommt viel kommt viel es kommen geile sachen es sind geile sachen dabei sind wirklich richtig richtig geile sachen dabei aber ich habe auch noch eine kleine änderung wir werden in zukunft ab mai hier wieder regelmäßig ja auch live streams machen das haben wir früher ja viel gemacht wir haben jede woche ein live stream gemacht martin und ich zusammen den dj talk ja so ist das ganze ja auch entstanden und ich will da wieder ein bisschen zurück wir werden dem kind einen guten namen geben aktuell steht dj sprechstunde ganz oben martin meinte das klingt zu altbacken ihr könnt ja gerne auch da mal eure vorschläge unten in die kommentare reinhauen fakt ist dieses konzept wird nicht so sein dass martin und ich da reden und unseren monolog halten sondern es wird so sein dass du auch die möglichkeit hast in diesen talk mit rein zu kommen hier auf youtube und mit uns zu quatschen und das ist ein projekt wo ich echt bock drauf habe und wie gesagt start wird irgendwann so anfang mitte mai sein wo wir dann über alle möglichen themen quatschen primär natürlich technik themen aber kann auch mal business oder so dabei sein ich freue mich da auf jeden fall mega drauf so und jetzt versuche ich das video nicht ins länge in die länge zu ziehen und da hoffe einfach dass ihr die fragen die ihr noch so habt die offen geblieben sind unten in die kommentare reinhaut und dann werde ich darauf eingehen und wird euch das ganze beantworten in diesem sinne wünsche ich euch eine schöne zeit auf die nächsten fünf zehn fünf zehn zwanzig dreißig wie auch immer wie viele jahre ich freue mich auf jeden fall drauf bye bye